Hallo, hast du einen Augenblick? Heute brauchst du, glaube ich, drei Augenblicke. Heute wird es nämlich kompliziert. Es geht um Trinitatis. Um was? Trinitatis. Klingt wie Trinidad. Das kenne ich von der Fußball-WM. Ja, stimmt, aber Trinitatis ist mal wieder Lateinisch. Du kennst Triathlon. Ja, das ist ein Dreikampf. Ironman und sowas. Gut, dann sind wir schon auf der richtigen Spur. Es gibt viele Worte mit der Vorsilbe Tri. Zum Beispiel Triangel. Das ist ein Klanginstrument mit drei Seiten. Trifels. Drei Burgen bei Anweiler. Trilogie. Eine dreiteilige Geschichte, um nur ein paar zu nennen. Trinitatis ist ein Fest im Kirchenjahr. Das am ersten Sonntag nach Pfingsten begangen wird. Man sagt auch Dreifaltigkeitssonntag oder Dreieinigkeitsfest. Der vollständige Name lautet Solemnitas Trinitatis, Hochfest der Dreifaltigkeit. Das Fest, das um die Wende des ersten Jahrtausends in den französischen Benediktinerklöstern aufkam, wurde 1334 durch Papst Johannes XII. in den römischen Kalender eingeführt und ist der Verehrung der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gewidmet. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese Trinität wird oftmals in Form eines Dreiecks dargestellt, in dem ein Auge in der Mitte abgebildet ist. Die Freimaurer und Illuminaten haben das Symbol übernommen und es ist auf der Eindollarnote abgebildet. Christen glauben an Gott, der sich in drei Gestalten zeigt. Als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese dreifache Offenbarung Gottes nennt man Dreieinigkeit, lateinisch Trinität. Zusammengesetzt aus den Worten Tri und Unitas, was so viel bedeutet wie Drei in der Einheit. Habe ich letztens bei einer Taufe in der Kirche gehört. Die Pfarrerin hat angefangen und sagte im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gut aufgepasst. Wir beginnen nicht nur jeden Gottesdienst mit diesen Worten im Namen des Vaters. Nein, unser ganzes christliches Leben ist mit diesen Worten verbunden, denn wir werden in diesem Namen getauft und am Ende des Lebens mit diesen Worten auch ausgesegnet. So ist der dreieinige Gott ein in Tod und Leben gegenwärtiger Gott. Aber bei den Christen gibt es doch nur einen Gott. Die Formulierung könnte so verstanden werden, als verehrten wir drei verschiedene Gottheiten. Das Wort versucht, das scheinbar Unmögliche auszudrücken, nämlich dass Gott gleichzeitig drei und einer ist. Um das zu verstehen, hilft es vielleicht, sich vor Augen zu führen, wie Menschen Gott in der Geschichte erfahren haben. Als Schöpfer, der seine Welt und die Menschen liebt wie ein Vater seine Kinder. Als ein Gott, der in Jesus Christus, seinem Sohn, selbst Mensch geworden ist und das menschliche Leben geteilt hat. Und schließlich als Gott, der im Heiligen Geist bei den Menschen immer noch gegenwärtig und lebendig ist. In den protestantischen Kirchen hat das Trinitatis-Fest die Bedeutung als Fest des Glaubensbekenntnisses. Neben dem üblichen apostolischen Glaubensbekenntnis gibt es das weniger bekannte nizänische Bekenntnis. Und auch da kommt diese dreifache Anrede vor. Ich glaube an Gott, den Vater und so weiter. Christentum, Judentum und Islam werden auch als monotheistische Religionen bezeichnet, also als Glaubensgemeinschaften, die sich zu einem Gott bekennen. Da haben Juden und Muslime manchmal ihre Probleme, wenn wir Christen von der Dreieinigkeit reden. Aber auch Christen glauben nur an einen Gott. Er erscheint ihnen auf verschiedene Weise. Das ist so ähnlich wie beim Wasser. Das gibt es in verschiedenen Formen. Als festes Eis, als luftiger Dampf und in flüssiger Tropfenform. Und doch bleibt es immer Wasser. Für Christen ist Gott einmal der himmlische Vater, der die Menschen beschützt und leitet. Gleichzeitig nennen Christen Gott auch Sohn. Damit ist Gott in Jesus gemeint. Denn wir glauben, dass Gott auch in dem Menschen Jesus ist. Er hat uns Menschen mit Worten und Taten von der Liebe Gottes erzählt und ist nach seinem Tod auferstanden. Dieser Glaube lässt uns hoffen, dass wir nach dem Tod auch bei Gott sein werden. Außerdem glauben Christen an Gott als Heiligen Geist, der als Tröster, Beistand und geistlicher Motor immer bei ihnen ist. Oh, das klingt so ein bisschen nach Friede, Freude, Eierkuchen. Tatsächlich ist das ja auch nichts Schlechtes. Seid alle lieb zueinander, wäre ja schon mal ein Anfang. Ist aber mehr. Achtung und Sorge für die Welt. Liebe zu den Mitmenschen. Verantwortung vor Gott. Gott für Trust. Kaiserslautern Kaiserslautern